Dann sagt Jesus zu ihnen, Ihr alle werdet in einen Pfeilstrick geraten durch mich in dieser Nacht, denn es ist geschrieben, Ich werde erschlagen den Hürden, und versprengt sollen werden die Schafe der Herde. Nach meiner Auferweckung aber, werde ich euch vorangehen nach Galiläa. Als Antwort aber sagte Petrus zu ihm, Wenn sie auch alle in einen Pfeilstrick geraten durch dich, so werde ich niemals in einen Pfeilstrick geraten. Jesus entgegnete ihm, Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe ein Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Sagt Petrus zu ihm, Und wenn ich sterben müsste mit dir, so werde ich dich nimmer verleugnen. Gleicherweise sagten auch alle die Jünger, Dann kommt Jesus mit ihnen zu einem Freiacker, benannt Gezemane, und er sagt zu seinen Jüngern, Setzet euch, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und er nimmt Petrus und die zwei Söhne des Zebedois beiseite und beginnt, betrübt und niedergedrückt zu sein. Dann sagt er zu ihnen, Tief betrübt ist meine Seele bis zum Tode, Bleibet hier und wachet mit mir. Und führtergehend ein klein wenig, fällt er auf sein Angesicht, betet und sagt, Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Becher an mir vorübergehen, in das nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er sagt zu Petrus, Also vermöget ihr nicht, eine Stunde mit mir zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung hineinkommt. Der Geist zwar ist eifrig, das Fleisch aber schwach. Und da er wieder zum zweiten Male hingeht, betet er und sagt, Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorübergehe, so ich nicht trinke, so geschehe dein Wille. Und wiederum kommend, fand er sie schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und da er sie verlässt und wiederum hingeht, betet er zum dritten Mal und sagt dasselbe Wort. Wiederum kommt er dann zu den Jüngern und sagt zu ihnen, Schlafet hinfort und ruhet. Denn siehe, genaht hat sich die Stunde und der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände der Sünder. Erhebet euch, gehen wir. Siehe, siehe, er hat sich genaht, der mich verrät. Und da er noch sprach, siehe, da kam Judas, einer der Zwölfe, und mit ihm ein zahlreicher Haufe mit Schwertern und Knütteln von den Priesterfürsten und Ältesten des Volkes. Der ihn verrät, aber gibt ihn ein Zeichen und sagt, Welchen ich küssen sollte, der ist es. Faßt ihn! Und geradewegs zu Jesus kommend, sagte er, Freue dich, Rabbi! Und küsst ihn zärtlich. Jesus aber sagte zu ihm, Mein Kamerad, wofür bist du hier? Dann kamen sie herzu und legten die Hände an Jesum und fassten ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus sind, streckt die Hand aus, reißt sein Schwert hervor und schlägt auf den Sklaven des Priesterfürsten ein und haut ihm die Ohrmuschel ab. Dann sagt Jesus zu ihm, Wende dein Schwert ab zu seinem Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder düngt dich, dass ich nicht könne meinem Vater zu sprechen und er wird mir jetzt bereitstellen, mehr als zwölf Legionen Boten. Wie nun würden die Schriften erfüllt, denn es muss also geschehen. In jener Stunde sagte Jesus zu dem Haufen, Wie über einen Wegelagerer kommt ihr heraus, mit Schwertern und Knütteln, um mich zu greifen. Täglich habe ich gesessen in der Weihstätte mit euch und gelehrt, und ihr fastet mich nicht. Dieses Ganze aber ist geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Dann verließen ihn alle seine Jünger und flohen. Die aber Jesum fassten, führten ihn ab zu Kaifers, den Priesterfürsten, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zu dem Hofe des Priesterfürsten und inwendig hineinkommend, setzte er sich mit den Schergen, auf das er den Abschluss gewahre. Die Priesterfürsten aber und die Ältesten und das ganze Synidrium suchten falsches Zeugnis wieder Jesum, damit sie ihn zu Tode brächten und fanden keins. Von vielen falschen Zeugen, die herzukamen, fanden sie keins. Zuletzt aber kamen herzu zwei falsche Zeugen und sagten, Dieser behauptet, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und binnen drei Tagen ihn bauen. und der Priesterfürst stand auf und sagte zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich zeugen? Jesus aber schwieg stille und als Antwort sagte der Priesterfürst zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du bist der Christus, der Sohn Gottes. Sagt Jesus zu ihm, Du sagst es, indes sage ich euch, von jetzt an werdet ihr sehen, den Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht und kommend auf den Wolken des Himmels. Dann zerriss der Priesterfürst seine Kleider und sagte, Er lästert, was bedürfen wir noch der Zeugen? Siehe, nun hört ihr seine Lästerung, was düngt euch? Als Antwort aber sagten sie, Dem Tode verfallen ist er. Dann spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, die ihm aber Backenstreiche gaben, sagten, Prophezeie uns Christus, wer ist es, der dich haut? Petrus aber saß draußen im Hof und es kam zu ihm eine Magd und sagte, Auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnet vor ihnen ein und sagt, Ich weiß nicht, was du sagst. Da er aber herauskam in das Tor, gewahrte ihn eine andere und sagte zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus dem Nazarener. Und wiederum leugnet er mit einem Eide, Nichts weiß ich von dem Menschen. Nach einer kleinen Weile aber kamen die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, Wahrhaftig, auch du bist von ihnen, denn auch deine Sprache macht dich kenntlich. Dann beginnt er sich zu verdammen und zu schwören. Nichts weiß ich von dem Menschen. Und sofort kräht ein Hahn und es erinnert sich Petrus des Ausspruchs Jesu, dass er ihm angesagt, Und er ging hinaus und schluchzte bitterlich. Und er ging hinaus und schluchzte bitterlich. Dann, Da Judas, der ihn verriet, gewahrte, dass er verurteilt war, bereute er es und wandte die dreißig Silberstücke dem Priesterfürsten und den Ältesten wieder zu und sagte, Ich sündigte, denn ich verriet unschuldiges Blut. Sie aber sagten, Was ist das uns? Du solltest da zusehen. Und er schleuderte die Silberstücke in den Tempel, macht sich davon, geht hin und erhängt sich. Die Priesterfürsten aber nahmen die Silberstücke und sagten, Es ist nicht erlaubt, sie in den Korbern zu werfen, weil es der Preis des Blutes ist. Sie halten aber eine Beratung und kaufen mit ihnen das Feld des Töpfers zum Begräbnis der Fremdlinge. Darum hieß man jenes Feld, das Feld des Blutes bis auf den heutigen Tag. Dann ward erfüllt, das geredet ist durch Jeremia den Propheten, der da sagt. Und sie nahmen die dreißig Silberstücke, den Preis des so bewerteten, den sie bewerteten von den Söhnen Israels, und sie geben sie für das Feld des Töpfers, so wie der Herr mit mir abmacht. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de